Willkommen Freunde der analogen Unterhaltung zu einem neuen First Look hier von der Spielraummesse in Nürnberg. Heute mit LuniQuest. Ja, oft schon drüber geredet und jetzt haben wir es endlich, zumindest hier so ein Messemuster vor Augen. Ein Jump'n'Run als Brettspiel. So kann man es sagen, ja. Also wir werden uns hier wirklich durch dieses Level hindurch bewegen und wir machen das, indem wir zeichnen. Aber nicht auf das Ding direkt drauf, sondern wir haben hier so ein durchsichtiges Stück Plastik. Und hier sieht man Welt 1, Level 1. Hier kann man es sehen. Das ist natürlich eine bessere Jump'n'Run-Manier. Unsere Aufgabe ist es jetzt, von hier unten eine durchgehende Linie nach hier oben zu zeichnen. Dabei natürlich weder hier so an Mauern anzustoßen, noch in so Feinde reinzulaufen. Auch nicht. Das wollen wir auch nicht haben. Dann muss man nämlich hier so ein Penalty-Token ziehen, wenn man die Bombe berührt. Aber hier gibt es ein positives extra einzusammeln. Das sind quasi Sachen, die will man haben. Ja, und da sieht man natürlich hier, wenn man die Münzen einsammelt, gibt es auch nochmal mehr Punkte. Für alle guten Sachen gibt es Punkte. Für alle schlechten Sachen werden Punkte abgezogen. Das Ganze noch kombiniert mit einem Zeitlimit. Das kann, glaube ich, auf einem späteren Level dann doch ein bisschen knapp werden. Und ich würde sagen, bevor wir hier lang drumherum reden, ich bin natürlich hier der hier. Du bist der hier. Das finde ich auch ganz witzig gemacht. Hier die Siegpunkte. Also sie legt man einfach rein und die Siegpunkte werden dann wirklich einfach hier so außen rumgesteckt. Finde ich ganz gut. Welt 1, Level 1. Ich trete das Handeln rum und los geht's. Zeit haben wir gut gemeint. Ja, das ist natürlich auch das erste Level. Erstes Level, erste Welt, muss man ja sagen. So, ich habe jetzt, als man sieht, kann man sehen, ich habe es so gemalt. Ja, leg mal drauf. So. Dann sehen wir nämlich gleich. So, kann man es sehen. Das ist Hunter Level 1. Ja, man sieht, ich habe die Verbindung der beiden Punkte ganz gut hingekriegt. Ja, das ist ja auch idiotensicher. Hier habe ich auch tatsächlich den Token eingesammelt, aber ich glaube, ich habe hier ein bisschen die Wand touchiert. Ja, wenn wir ganz streng sind, dann hast du die Wand touchiert. Und hier oben habe ich auch so einen fiesen, dem habe ich auch ein bisschen touchiert. Ja, wir sind mal ganz streng bei dir hierher. Ja, das bedeutet... Du kriegst natürlich drei Erfahrungspunkte dafür, dass du die Punkte verbunden hast. Dann hast du hier noch eins, zwei extra. Dann kriegst du hier... Einen Token, den kann man umdrehen und da ist dann irgendwas drauf. Hier so eine Banane. Ich weiß noch nicht, was das heißt, diese Banane. Fünf, verlierst aber drei wieder, also hast du nur zwei. Aber jetzt will ich auch mal gucken... Ja, was hast du denn gemacht? ...was ich da fabriziert habe. Ui, meisterlich. Ja, aber zielstrebig in den Herrn hier rein. Noch mal gucken? Ich würde sagen, die Wand hier habe ich wirklich... Mal gucken, ob es so kann man es auch sehen. So kann man es auch sehen. So kann man es scharf dran vorbei. Dafür natürlich volles Rohr in den netten Herren hier oben. Der Gag besteht natürlich darin, dass wir echt viele Level haben. Das ist natürlich genau. Also danach wird jetzt Level 2 kommen. Das ist auf der Rückseite von hier. Warte, ich kann ja mal zeigen. Level 2 würde dann so aussehen. Da muss man, um es mal ganz kurz noch mal zu zeigen, das ist eine andere Missionsart. Da muss man nichts verbinden. Das steht hier immer unten. Da muss man Sachen einkreisen. In dem Fall muss man diese Blumen quasi einkreisen. Es gibt auch noch eine andere Art von Mission. Nämlich hier, das ist dann wirklich eine, wie soll man sagen, ja fast schon eine Kampfmission. Eine Dot-Mission. Da muss man nämlich Punkte machen an die richtigen Stelle. Also man schießt halt die Feinde ab und trifft dabei aber natürlich hoffentlich nichts Falsches. Ja und so geht es munter weiter in Welt 1. Hier ist dann eine Kombination. Also muss man auch Linien ziehen, aber keine bestimmten Punkte verbinden, aber trotzdem Linien zeichnen. Und dann gibt es natürlich tatsächlich, wir sind ja hier in einem Jump'n'Run, natürlich auch am Ende des Levels einen Endgegner. Der in Level 1. Der sieht ja wirklich noch annehmbar aus. Aber hier, um mal Welt 7 Level 4, da war das schon ein dicker Brocken und jedes Mal, wenn man die Rüstung berührt, dann kriegt man keine Erfahrungspunkte in diesem Level. Ja, um einfach mal klarzumachen, was hier alle Jump'n'Run-Freunde falsch schon erwartet. Das hier ist Levelübersicht von Looney vs. 60 wirklich aus wie in einem Computerspiel. Oder man denkt eigentlich, es ist so aus einer Computerspielzeitschrift die Beilage, die Levelübersicht vom neuesten Jump'n'Run-Hit. Aber nee, es ist tatsächlich ein Beispiel, hier gibt es sogar Bonus-Stages, also man kann es bestimmt auch als Art Kampagne spielen und alle sieben Welten mit jeweils Sex-Level sind, ja so... Man kann es auch im Hardcore-Modus spielen. Einmal ein Fehler und du musst dir davor anfangen. Ja, aber es gibt glaube ich schon verschiedene Schwierigkeiten gerade tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Unterschied da ist. Also eigentlich natürlich als Kinderspiel auch und als Familienspiel, also ich finde... Übrigens auch sehr schön auf der Rückseite von der Rückseite zur Übersicht ist einfach ein Prost da. Ich finde es jetzt schon saukool und freue mich da wirklich drauf, wenn das dann auf Deutsch endlich demnächst erscheint. Looney Quest!